Produkte-Ratgeber-Blog.de Günstiger Online-Einkaufen mit den richtigen Informationen In dieser Präsentation geht es um den Roboterstaubsauger Manual ME685 mit NeuSysch-Funktion. Diese Inhalte erwarten Sie in der Präsentation. 1. Allgemeines 2. Verarbeitung und Handhabung 3. Extras und Besonderheiten 4. Fazit des Tests 5. Technische Daten 6. Bestellmöglichkeit Mit dem erstklassigen Saug- und Wischroboter ME685 Manual wartet die neueste Generation der Roboterstaubsauger auf Sie. Die intensive Reinigung wird mit der nachträglichen Nasswischfunktion clever kombiniert. Eine wahre Revolution bezüglich der komfortablen Reinigung ihrer Wohnräume. Im Manual ME685 ist auch ein leistungsstarker BLDC-Vakuummotor verbaut, der gegenüber herkömmlichen Motoren eine zehnfach höhere Lebensdauer aufweist. Der Roboterstaubsaugertest zeigte, dass dieser Spezialmotor mehr als 5000 Stunden seinen Dienst verrichtet. Mit seiner geringen Höhe von nur 8,5 cm dringt der Manual-Roboter-Sauger auch in die entlegensten Winkel und Ecken vor. Der innovative vierlagige Feinstaubfilter entfernt 99,5% der mikroskopisch kleinen Partikel aus der Luft und genügt damit gehobenen Ansprüchen. Sogar kleinste Mikroorganismen nimmt der Saugroboter Manual ME685 zuverlässig auf. Verarbeitung und Handhabung des Manual ME685 Der Roboterstaubsauger ME685 von Manual wird über einen Lithium-Eisenphosphat-Akku betrieben, dessen Lebensdauer in der Regel dreimal höher ausfällt gegenüber sonst üblichen Akkus. Sämtliche Details des Gerätes im Roboterstaubsauger-Vergleich entsprechen einer erstklassigen Qualität. Die Bedienungselemente sind leicht verständlich angeordnet. Reinigung und Wischfunktionen laufen in einem Arbeitsvorgang ab. Der ME685 von Manual ist problemlos als Roboterstaubsauger für Tierhaare geeignet. Bei leerem Akkustatus nach ca. 90 Minuten geht es selbstständig in die Leutestation zurück. Nach der Rekordverdächtig kurzen Leutezeit von nur einer Stunde ist der Manual Roboterstaubsauger ME685 wieder volleinsatzbereit. Extras und Besonderheiten Mit sieben unterschiedlichen Reinigungs- und Absaugprogrammen liegt der Roboterstaubsauger Manual ME685 im Roboterstaubsauger-Vergleich mit Platz 3 ganz vorn. Dank des umfassenden Zubehörs lässt die Wischfunktion wirklich keinen Schmutz mehr übrig. Sogar an einen Extrabehälter für das Reinigungsmittel wurde gedacht. Aufgrund des innovativen Sensoren-Systems werden Schäden an ihren guten Möbelstücken oder Zusammenstöße wirksam vermieden. Der Roboterstaubsauger bewältigt selbst schwierige Bedingungen. Die Zeitwahl kann am Gerät auch vorprogrammiert werden, sodass sie nicht mal anwesend sein müssen während der Reinigung ihres Zuhause. Der Spitzenleistung steht ein erstaunlich niedriger Energieverbrauch gegenüber. Fazit Im Roboterstaubsaugertest überzeugt der Manual ME685 auf ganzer Linie. Zwei gleichzeitige Arbeitsvorgänge mit nur einem Gerät sorgen für eine effiziente Sauberkeit. Schnell und einfach wird ein erstklassiges Resultat umgesetzt. Eine wahre Glanzleistung. Dieser Saug- und Wischroboter ist ein Spitzenmodell, das den Status einer Innovation in jedem Fall rechtfertigt. Alle technischen Details liegen weit über dem handelsüblichen Durchschnitt und sind von Langlebigkeit ausgelegt. Eine dreimal zu hohe Lebensdauer des Akkus und der langlebige Motor machen den Manual ME685 Roboterstaubsauger zu am wahren Dauerläufer. Technische Daten Manual ME685 Gewicht 2,67 kg Produktmaße 34,8 x 8,5 cm Akkuspannung 12,8 Volt Akkukapazität 1400 mAh Akkulaufzeit 60 Minuten Ladezeit 1 Stunde Volumenstaubehälter 0,6 Liter Technologie Beutellos Geräuschentwicklung 68 Dezibel Leistung 20 Watt Bodenarten Teppich und Hartböden und Nasswischen Unter dieser Präsentation finden Sie einen Link zu einer Bestellmöglichkeit für den Roboterstaubsauger Manual ME685 Dauer 0,6 Liter 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 0,6 Liter